Wir haben einen Speedhacker, Leute, Speedhacker live, live Speedhacker Action und ich habe ihn bekommen mit, mit der Nate. Oh, was? Hä? So, Leute, ich bin's, der Markus vom Kanal GameCop und heute geht's dann wieder ein neues Modern Combat 5 Waffenspiel-Video. Um was geht's um Modern Combat 5 Waffenspiel? Ganz einfach, ich muss Gegner töten, deren Waffe aufheben, damit die nächsten Gegner töten und immer so weiter. Und endlich habe ich mal einen Server gefunden, wo Leute drin sind, Leute, das ist jetzt mindestens der 15. Server, den ich hier gerade versuche, in den ich hier gerade reinjoine und versuche, Gegner zu finden. Und es waren die ganze Zeit keine Gegner drin und, oh, ich habe vergessen, die Waffen aufzuheben, jetzt hebe ich einfach mal seine auf, weil ich die Compact Pro von dem einen gerade nicht aufheben konnte. Ganz einfach, weil ich auch die Compact gerade gespielt hatte und, ja, ich denke, ihr wisst jetzt, um was es in einem Waffenspiel geht, ich muss einfach nur die Waffen aufheben und damit die nächsten Gegner töten und immer so weiter. Und aus diesem Server hier gehe ich ganz bestimmt nicht mehr raus, weil ich gar keinen Server davor gefunden habe. Also nur Server, wo, ja, wo sagen wir so zwei Leute drin waren. Manchmal waren es auch drei und meistens waren es Araber, die dann noch mit den Noob-Tubes rumgelaufen sind und sowas will ich mir nicht geben. Und, oh, die FHG14. An den Namen kann ich mich sogar noch erinnern, die habe ich so selten, schon so lange nicht mal gespielt, vor allem, weil der Swissport die auf iOS nicht freigeschaltet hatte, freigeschalten hatte. Oh, danke, du gibst mir gerade einfach so die Chance, dich ganz easy zu holen. Und da hat jemand die, oh, dem konnte ich leider keinen Turn-Up mehr geben, der hat mir einen Headshot gegeben, die Mama, okay. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. 7 zu 1 steht es gerade. Der score ich mir jetzt vollkommen egal, ganz einfach, weil ich keinen Bock habe, noch einen anderen Server zu versuchen zu finden. Ihr wisst, was ich meine. Weil ich gerade einfach kein Glück bei der Serversuche habe oder kaum noch Leute spielen Monarch Mat 5 oder was weiß ich, was hier abgeht, Alter. Das ist richtig schlimm. Naja, da muss man sich auf jeden Fall erstmal mit abfinden. Und da schmeiße ich mal vorsichtshalber erstmal eine Nade vor. Oh nein, sag mir nicht, das ist ein Speed-Fucking-Hacker. Wir haben einen Speed-Hacker, Leute. Speed-Hacker-Live-Speed-Hacker-Action und ich habe ihn bekommen mit der Nade. Oh, was? Hä? Leute, könnt ihr mir mal das erklären? Ich habe keine Granate geworfen. Alter, Leute, was ist los mit Monarch Mat 5? Alter, die Runde nehme ich auf jeden Fall. Das wird so eine Abfahr-Runde mit einem Hacker drin und mit Suicide-Bugs. Und mit einem, der Blend-Granaten schmeißt, Alter. Granaten kann ich auch schmeißen, aber meine können mehr als deine, mein Freund. Meine können mehr als deine. Hier, das gibt ein T-Bag. Und ihr merkt es vielleicht, es ist etwas später heute. Ich bin etwas aufgedreht. Übermüdet nennt man das auch. Es ist aber auch egal. Mir macht es gerade Spaß und das soll es machen. Und ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Warum kann ich seine Waffe nicht aufnehmen? Echt komisch. Dann hebe ich mal seine Compact hier auf. Ich hoffe mal, der Hacker ist raus aus dem Spiel. Es ist ein bisschen komisch, dass in Monarch Mat 5 gehackt werden kann. Aber auf iOS sehe ich das leider in letzter Zeit immer häufiger. Und den Gegner hätte ich fast nicht übersehen, weil er so dunkel war. No racist. Aber der war gerade mega dunkel irgendwie. Und seine Waffe gönne ich mir. Die Sabre im Pro. Okay. Das ist so ein kleiner Tryharder. Der denkt, der kann mir jede Waffe rasieren. Wobei die Sabre nicht so schlecht ist. Aber die Grube mit einem Schalldämpfer. Das würde ich mir auf jeden Fall zweimal überlegen. Definitiv würde ich mir das zweimal... Wow. Leute, man muss ein ganzes Magazin in den Gegner reinballern, um ihn zu töten. Komm, komm, komm. Ach, das ist der Speedhacker. Den darf ich naiden. Den Speedhacker, den darf ich naiden. Das ist so eine Regel, die ich mir selbst aufgestellt habe. Und die auch gilt. So, Compact. Turn on. Bam, Alter. Komm, stirb. Nice. Nice macht das Fahren, Alter. Nein. Nein, das ist der Speedhacker. Ja, das ist der Speedhacker. Immerhin... Komm, Leute. Immerhin spielt der Speedhacker mit einer Kai 200. Immerhin. Ich meine, wenn er jetzt mit einer P39 oder sowas ankommen würde, dann wäre das natürlich wieder problematischer. Aber ich meine, so... Lol. Natürlich. Warum verbünden wir uns nicht gegen jetzt... Fuck, Speedhacker. Und warum nadest du mich, Mann? Und die Runde ist gleich zu Ende, Alter. Lol. Das hat der mega Bock gerade gemacht. Auch wenn ich gerade verkackt habe mit 19 zu 4. Aber ich meine, oh. 19 zu 5. Tut mir leid. Da war noch eine Nate. Uiuiui. Ja, okay, Leute. Ihr seht, ich bin heute ein bisschen aufgedreht. Aber ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Auch Speedhacker gibt es leider in Monarche. 5. Das Spiel ist gerade so ein bisschen am kaputt gehen. Aber zerstörte Spiele spielt man manchmal auch gerne. Und deswegen würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir mal eine Bewertung da. Ein Abo wäre auch nice. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal.